Alle Neuigkeiten und Spoiler rund um GZSZ im aktuellen Ticker von okmark.de Aus Verzweiflung sucht Carlos im Müll nach Pfandflaschen. Dabei wird er von Alicia beobachtet. Carlos muss Flaschen sammeln, wie wird Alicia darauf reagieren? 17. Juli Dass Carlos, Patrick Fernandes, vor dem nichts steht, ist nicht neu. Er hat keinen Job mehr, nach dem Prozess will ihn auch niemand mehr einstellen und als Alicia, Josefeng Bressel, erfahren hatte, dass sie die ganze Zeit belogen wurde, trennte sie sich auch noch von ihm und warf ihn aus der WG. Aus Mitleid entschied sich ausgerechnet Tobias, Jan Kittmann, dazu, Carlos zwei Nächte im Hotel zu bezahlen, doch auch die sind nun rum, und Carlos ist obdachlos. In seiner Verzweiflung entscheidet sich der einstige Unternehmer dazu, im Müll nach Pfandflaschen zu sammeln, und wird dabei ausgerechnet von Ex-Freundin Alicia beobachtet, der das Ganze sichtlich nahe geht. Alicia will mit Paul schlafen. Doch dann kommt der Liebeskummer wegen Carlos. 16. Juli seit Monaten ist Paul, Niklas Osterloh, heimlich in Alicia, Josefeng Bressel, verliebt, was die auch mittlerweile weiß. Kurz nach ihrer Trennung von Carlos, Patrick Fernandes, treffen sich die beiden auf einer Party, die Alicia wegen schlechter Laune frühzeitig verlässt. Aus Sorge macht sich Paul auf den Weg zu ihr, um nach ihr zu sehen. Gerüht von der Sorge lässt sich Alicia dann zu einem ungeahnten Schritt hinreißen, sie küsst den Handwerker einfach, was der leidenschaftlich erwidert. Kurzerhand kommt eins zum anderen und die beiden landen bei Alicia im Bett. Doch kurz bevor es zum Sex kommt, sucht die Blondine in ihrer Schublade nach den Kondomen und entdeckt dabei zufällig Fotos von sich und Carlos. Ich glaube, ich kann das nicht, erklärt sie, bevor sie das Ganze abbricht. Enttäuscht von Alicias Verhalten zieht sich Paul zurück. Tobias hilft Carlos 15. Juli Carlos, Patrick Fernandes, ist am Ende. Er hat keinen Job mehr. Nach dem Prozess gegen ihn will ihn niemand einstellen und nachdem die Wahrheit aufgeflogen war, trennte sich auch Alicia, Josefeng Bressel, von ihm. Nun ist er pleite, obdachlos und steht ganz alleine da. Als ihm nie hat, Timur Oelker, dann auch noch Hausverbot im Vereinsheim verpasst, weiß er nicht mehr, wo er noch hin soll. Mit einer Reisetasche sitzt er in der U-Bahn, als er plötzlich von Tobias, Jan Kittmann, entdeckt wird. Der erkennt offenbar, dass sich Carlos in einer Notlage befindet, obwohl die beiden Männer nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Erkundigt sich der Architekt, wo Carlos derzeit wohnt. Aus Scham tischt Carlos seinem ehemaligen Freund zunächst eine Lüge auf, bevor er schließlich die Wahrheit sagt. Tobias kann nicht einfach wegsehen und entscheidet sich schließlich dazu, Carlos zu helfen. Er besorgt ihm ein Hotelzimmer, damit er erstmal wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Seine einzige Forderung, er soll Alicia endgültig in Ruhe lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017